Aus politischer Sicht ist es der zentrale Auftritt des Papstes bei seinem Besuch in Deutschland. Die Rede von Benedikt XVI. im Bundestag war ebenso gespannt wie zwiespältig erwartet worden. Abgeordnete der Linksfraktion von SPD und Grünen hatten sich geweigert, dem katholischen Kirchenoberhaupt im Parlament zuzuhören. Plenarsaal und Zuschauerränge sind dennoch gut gefüllt. Leichte Orientierungsprobleme beim Pontifex auf ungewohntem Terrain. Dann, am richtigen Sprecherplatz, beginnt Benedikt eine Ansprache, die einer philosophischen Vorlesung ähnelt und dennoch Wertmaßstäbe für Politiker in der heutigen Zeit setzt. Sein letzter Maßstab und der Grund für seine Arbeit als Politiker darf nicht der Erfolg und schon gar nicht materieller Gewinn sein. Die Politik muss Mühen um Gerechtigkeit sein und so die Grundvoraussetzung für Friede schaffen. Natürlich wird ein Politiker den Erfolg suchen, ohne den er überhaupt nicht die Möglichkeit politischer Gestaltung hätte. Aber der Erfolg ist dem Maßstab der Gerechtigkeit, dem Willen zum Recht und dem Verstehen für das Recht untergeordnet. Um Grundsätze geht es in der Rede um das christliche Fundament des Rechtsstaats mit den zentralen Begriffen Vernunft und Natur. Die Ökologie führt den Pontifex dann zu einer seiner wenigen Anmerkungen zu zeitgenössischen politischen Inhalten. Ich würde sagen, dass das Auftreten der ökologischen Bewegung in der deutschen Politik seit den 70er Jahren zwar wohl nicht Fenster aufgerissen hat, aber ein Schrei nach frischer Luft gewesen ist und bleibt, den man nicht überhören darf, nicht beiseite schieben kann, weil man zu viel Irrationales darin findet. Jungen Menschen war bewusst geworden, dass irgendetwas in unserem Umgang mit der Natur nicht stimmt. Dass Materie nicht nur Material für unser Machen ist, sondern dass die Erde selbst ihre Würde in sich trägt und wir ihrer Weisung folgen müssen. Es ist wohl klar, dass ich hier nicht Propaganda für eine bestimmte politische Partei mache. Nichts liegt mir ferner als das. Mensch und Natur gehören zusammen, so der Papst. Ein Appell an Demut und Rückbesinnung. Es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann. Der Mensch ist nicht nur sich selbst machende Freiheit. Der Mensch macht sich nicht selbst. Wer auf konkrete Aussagen zu aktuellen Schwierigkeiten wie der Finanz- oder Europakrise gewartet hat, wird enttäuscht. Ebenso wenig äußert sich Benedikt XVI. zu den unzähligen Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche oder deren Umgang damit. Es ist eine Rede, nach der sowohl Gegner als auch Anhänger sich am Ende in ihrem Papstbild bestätigt sehen werden. Applaus Vielen Dank.